Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und heute machen wir einen kulinarischen Test. Und zwar teste ich einen 27 Zloty Burger aus Polen, Freunde. Hier ist das gute Stückchen. Ich packe das erstmal vorsichtig aus. Und dann gucken wir, was das gute Stück denn auch kann. So ist es eingepackt, Freunde. In so, wie früher, so Zeitungspapier. Also finde ich schon sehr ideenreich. So, und da haben wir das gute Stückchen. Meiner heißt Mexican, the Mexican, also Mexican Style mit Jalapeños. So sieht das gute Stückchen aus. Mit Sesambrötchen. Würde ich mal sagen, machen wir das hier mal ab. Und jetzt betrachten wir das gute Stückchen mal. Also sieht schon mal heftig, heftig aus. Falls ich jetzt welche fragen, was ist es in Euro 27 Zloty? 5,80 Euro. Und so sieht es aus. Da haben wir so Chips Mips drin. Oben. Tomatos, Jalapeños, Gurkos, Zwiebelos. Fleisch ist auf jeden Fall kräftig dick. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir das gute Stückchen mal zu. Und kosten den mal. Kosten den mal. Schön mit Käse überbacken. Mh. Mh. Was ist das? Mh. 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 Freisch, schön, weil ich durchgemacht habe. Sehr schön gegrillt. Die Soße mit der Kombination. Man muss sagen, der hat es in sich. Der hat zwar einen stolzen Preis für polnische Verhältnisse. Aber. Mh. Mh. Ich muss sagen, er ist sein Geld wert. Er hat einen kräftigen, dampfigen, rauchigen Geschmack. Und. Ich habe jetzt so ein Viertel gegessen. Und ich muss sagen, man wird davon satt. Ja. Also abends zu Abendmahlzeit kann man sich den gönnen. Also Freunde. Das war der 27 Zlotti. The Mexican. Aus Polen. Und ich kann den nur empfehlen. Ja. Falls ihr Lust habt, den zu essen, kommt in meine Stadt. Und wir gehen zusammen ein Essen. In diesem Sinne, Freunde. Falls ihr euch mehr kulinarische Videos wünscht. Daumen hoch. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Peace outa und ratatatata macht die Geldsehmaschine.